Hallo zusammen, hier ist wieder Otsila und heute bin ich hier für euch in Battle for Assault unterwegs. Und zwar wollte ich euch heute so einen kleinen Event-Guide präsentieren. Heute geht es nämlich um die Kinderwochen und da gibt es wieder ein paar neue Pets zu ergattern. Und die sind nicht nur für Pet-Freunde interessant, sondern auch für diejenigen, die ein wenig Gold erwirtschaften wollen. Denn ich kann euch sagen, damit kann man ganz gut Kohle machen mit nicht sonderlich viel Aufwand. Wie das Ganze funktioniert, will ich euch jetzt mal zeigen. Und zwar bin ich hier schon einmal in Boralos, hier oben bei den Koordinaten 46, 39. Und dort haben wir nämlich das Waisenhaus für die Allianz hier in Boralos. Und dort haben wir eine Quest, das seht ihr jetzt hier auch schon auf der Karte. Da gehen wir jetzt mal kurz rein. Und zwar können wir hier eine Quest annehmen. Und mit dieser Quest kriegen wir dann eine Pfeife. Und wenn wir diese Pfeife aktivieren, können wir uns ein kleines Waisenkind rufen. Sobald wir das gemacht haben, erscheint quasi das Waisenkind. Wir geben die Quest ab und kriegen hier einen Haufen neue Quests. Und zwar müssen wir jetzt auch schon wieder, wie in den vergangenen Jahren, unser Waisenkind mitnehmen und dem verschiedene Orte zeigen. Die ersten drei Quests, die wir hier bekommen, funktionieren quasi so, dass wir einmal hier nach oben müssen. Einfach dann die Pfeife aktivieren. Das Waisenkind kommt raus und dann gibt es einen kleinen Dialog. Den kann man sich anhören. Man kann aber auch direkt weiterfliegen und hat die erste Quest dementsprechend abgeschlossen. Die zweite Quest befindet sich hier unter der World Quest. Das sieht man jetzt schlecht. Wenn man da die Pfeife drückt, kann man auch die Quest abgeben. Dann gibt es auch so ein Event, wo man hier rumgeflogen wird. Braucht man sich aber nicht angucken, vor allem wenn man das mit verschiedenen Charts macht. Das dritte, was wir haben, ist hier unten im Freihafen. Da müssen wir dann auch wieder unser Waisenkind einmal rausholen, Quest abgeben. Und sobald wir alle drei abgeschlossen haben, können wir bei unserem Waisenkind zwei neue Quests annehmen. Und zwar müssen wir dann einmal hier oben hin, dort einmal unser Waisenkind rausholen. Und dann müssen wir noch hier in die Berge zu dem Drust, den wir hier auch schon in Drust war, quasi einmal besuchen. Weil dieser Drustberg quasi der in der Höhle hockt. Da holen wir auch nochmal unser Waisenkind raus, geben das ab. Und dann dürfen wir auch schon wieder zurück hier, wo wir gestartet sind, ins Waisenhaus und können dann ein Pet auswählen. Das ist eigentlich die ganze Questreihe. Sprich, wir brauchen drei Orte am Anfang und dann nochmal zwei, die wir danach besuchen müssen. Alle hier auf Kultiras, um dementsprechend uns dann eins von den neuen vier Pets auszusuchen. Und zwar ist das einmal Fröschli, dann haben wir Herr Krabs, dann haben wir Sauri und dann haben wir Schnabelbert. Die vier Stück habe ich mir auch schon besorgt, habe sie auch jetzt alle ins Auktionshaus geschmissen. Und zwar, wenn wir jetzt hier mal reingucken, wie da die Preise momentan sich entwickeln. Jetzt schauen wir mal bei meinen Aktionen. Da habe ich die nämlich alle mit drin und ich habe auch ein Addon, wo wir sehen, was die wert sind. Ich habe die jetzt gerade so zwischen 35.000 und 25.000 Gold im Auktionshaus. So sind auch etwa die Durchschnittspreise, die ihr hier seht. Ich kann euch jetzt schon sagen, die werden in den laufenden Tagen sinken. Und ja, ich habe schon eins verkauft, für 26.000 habe ich ein Pet verkauft. Der Nettozeitaufwand für das Ganze sind etwa 10 bis 15 Minuten, die ihr dafür investieren müsst. Einmal rumzufliegen, dann könnt ihr das einmal mit eurem Char machen pro Event. Quasi in diesem Event, wenn ihr in den 100, ab 110 müsst ihr quasi sein, dass ihr hier nach Boralos kommt und die Quests annehmen könnt. Also sprich, nicht nur mit Max-Level-Char könnt ihr das machen, könnt diese Quests einmal abfliegen. Ist eine relativ entspannte Sache, weil ihr müsst wirklich nur hier hingehen, zum Flugmeister, zum Ort fliegen. Meistens sind die Dinger sogar direkt neben dem Flugmeister. Die Pfeife einmal drücken, Quests abgeben weiter. Also das kann man perfekt auch nebenbei machen, wenn man Filme-Serie anguckt, weil es eigentlich bloß Abklappern ist. Man muss keinen einzigen Mob dafür töten, nur ein bisschen rumfliegen quasi. Mehr ist es nicht. Und dann hat man diese Pets. Was ich euch auf jeden Fall noch raten kann, das mit ein paar Chars zu machen, wenn ihr ein paar Chars habt, die über 110 sind. Und die Pets dann quasi aufzusparen. Denn man kann sie jetzt wirklich nur in dieser Woche erspielen, wo die Kinderwoche ist. Und danach, ja, sagen wir mal so in 2-3 Monaten, werden sicher die Preise wieder steigen, weil man dementsprechend die nicht mehr holen kann. Und ich denke mal, einige Leute vielleicht jetzt diese Woche nicht auf dem Schirm hatten und die Pets da dementsprechend nicht geholt haben. Zusätzlich gibt es dann noch einen Haufen weitere Pets. Das sind nämlich alle Kinderwochen-Pets. Es gibt nämlich die Kinderwochen nicht jetzt natürlich hier nur in Boralus bzw. in Zandala. Das hatte ich jetzt fast noch vergessen. Wenn ihr die Quests in Zandala machen wollt als Hortla, dann ist das Waisenhaus hier unten auf der Karte. Etwa jetzt hier bei 53,84. Dort gibt es selbige Quests, bloß halt abgeändert hier auf Voldum, Nazmir und Zuldazar. Quasi müsst ihr hier rumreisen. Die habe ich persönlich nicht gemacht, aber ich denke mal, auch die sind relativ selbsterklärend, weil alles auf der Map angezeigt wird, wo man hinfliegen muss. Genau, gibt aber auch bei der Horde dieselben Pets. Dann gucken wir uns jetzt mal die älteren Pets noch an. Die könnt ihr theoretisch auch machen, auch im Auktionshaus verkaufen. Ich schätze aber mal, dass die wesentlich weniger wert sein werden. Und da ich die in den vergangenen Jahren schon alle gemacht habe, habe ich die nicht nochmal angegangen. Wo ihr die Questgeber findet, will ich euch jetzt aber dennoch kurz sagen, bzw. euch zeigen, welche Pets es gibt. Es gibt nämlich noch insgesamt drei weitere Questreihen. Und zwar eine Questreihe, die ihr in Dalaran findet, also in Red of the Lich King. Da könnt ihr euch diese beiden Pets hier erspielen. Dieses Golak-Junges und den Volpira, nee nicht Volpira, Volfa, so heißen die, ist relativ ähnlich. Und dafür müsst ihr einmal in das Dalaran von Nordend. Und zwar quasi hier rein. Und vor der Allianzbank müsste ein Händler stehen. Genau, da steht eine Statue auch. Ich glaube von Antonidas oder von wem ist die Statue? Ich bin mir jetzt nicht sicher. Auf jeden Fall davor steht quasi dann die Händlerin. Da bekommt ihr auch wieder so eine Pfeife und müsst dementsprechend euer Waisenkind hier auf, ja, in Nordend, auf Reisen mitnehmen und quasi auf verschiedene Orte zeigen. Wird aber auch ebenfalls immer schön auf einem Map angezeigt. Dann das nächste, was wir haben, ist einmal in Burning Crusade. Da gibt es ebenfalls eine Händlerin. Und zwar steht die hier auch vom Waisenhaus, etwa hier bei den Koordinaten 75 und 49. Und wenn ihr dort seid, könnt ihr wieder selbiges machen. Waisenkind einen Tüten und durch die Welt schleifen. Und da bekommt ihr dann auch wieder vier verschiedene Pets. Jetzt bin ich gerade am überlegen, welche vier das waren. Ich glaube, Willi war das, Beinchen war das und ich glaube, Erdnuss gab es noch und Kolumbus müsste es sein. Das sind die vier, die ihr durch Burning Crusade bekommt. Und in Classic gab es das gleiche auch schon. Und zwar auch wieder mit vier Pets. Einmal hier Dr. Wackel. Dann haben wir hier die Schnecke, die Schildkröte und was, was als letztes noch genau die Ratte. Das sind diese vier. Und wo ihr die Quests annehmen könnt, kann ich euch jetzt auch mal noch kurz zeigen. Und zwar als Allianzler in Sturmwind. Hier auf dem Kathedralenplatz gab es das. Und selbiges dann auch nochmal bei der Horde in Ogrimmar. Und zwar ist da das Waisenhaus etwa bei den Koordinaten 59 und 59 hier unten. Genau. Das sind alle Pets, soweit ihr könnt, soweit ich das weiß, alle hier auch in den Käfig packen. Jetzt nehmen wir zum Beispiel einfach mal den Willi, packen das mal in den Käfig und gucken mal nach, wie viel... Das hat nicht geklappt. Willi in den Käfig. Willi will nicht in den Käfig. Sonst hätte ich euch jetzt nachgeguckt, wie viel Gold die wert sind. Schade. Okay. Scheint irgendwas zu packen. Ist nicht so wichtig. Die alten werden wahrscheinlich eh weniger wert sein. Wenn ihr ein paar Charts habt, macht die neuen vier. Die sind noch relativ viel wert, beziehungsweise werden wahrscheinlich in ein paar Monaten dann auch noch einen guten Preis haben. Weil, wie gesagt, man sie dann nicht mehr spielen kann. Und die Leute, die sie dann haben möchten, ein Jahr warten müssen. Und da ist dann vielleicht der ein oder andere doch bereit, ein bisschen tiefer in die Tasche zu greifen. Ich werde auf jeden Fall noch mit ein paar Charts das abklappern. Und ja. Ich hoffe, ich konnte dem einen oder anderen so ein bisschen weiterhelfen. Sollte es der Fall sein, würde ich mich über eine positive Bewertung freuen. Und wenn ihr mehr solche Videos sehen wollt, könnt ihr mich gerne abonnieren. Euer Tela. Bis zum nächsten Mal. Ciao.